Vorsichtig hob er den Deckel auf. Auf dem Boden des Korbes befand sich eine riesengroße Spinne. Ich habe sie mit Mühe gefangen, fügte Giacomo hinzu. Sie hatte sich in eine Spalte unter den Steinen verkrochen. Drei Tage hat sie sich da aufgehalten. Sie ist giftig. Das Gesicht des Knaben belebte sich plötzlich. Wie sie aber Fliegen frisst, das ist erstaunlich. Er fing eine Fliege und warf sie in den Korb. Die Spinne stürzte sich auf ihre Beute und fasste sie mit ihren zottigen Beinen. Das Opfer wand sich und summte immer schwächer und leiser. Sie saugt, sie saugt, flüsterte der Knabe starr vor Entzücken. Seine Augen leuchteten in grausamer Neugierde und ein kaum bemerkbares Lächeln spielte um seine Lippen. Leonardo hatte sich auch über den Korb gebeugt und betrachtete das wunderbare Insekt. Giovanni bemerkte plötzlich, dass beide, der Mann wie der Knabe, einen gemeinsamen Ausdruck in den Gesichtszügen hatten, als ob sie sich trotz der großen Kluft, die das Kind von dem Künstler trennte, in einer gewissen Lust am Grausamen ähnlich wären. Als die Fliege verzehrt war, deckte Giacomo den Korb wieder zu. »Ich werde den Korb auf euren Tisch setzen, Messer Leonardo. Vielleicht seht ihr sie noch einmal an. Sie kämpft so sonderbar mit anderen Spinnen.« Der Knabe wollte sich entfernen, blieb aber stehen und erhob die Augen mit einem flehenden Blicke. Seine Mundwinkel zuckten und zogen sich zusammen. »Messere«, sagte er leise und mit einer gewissen Würde, »seid mir nicht böse. Ich werde selbst fortgehen. Schon lange habe ich daran gedacht, fortzugehen. Nicht der anderen wegen. Was die sagen, ist mir gleichgültig. Aber euret wegen. Ich weiß ja, ihr allein seid gut, aber ihr seid meiner überdrüssig. Die anderen sind ebenso böse wie ich. Sie verstellen sich nur, das verstehe ich aber nicht.